Also gestern, als Calvin da war, war es einfach unnormal geil. Das Coole war, dass ich dann gestern mal nicht anfeuern musste, sondern er den Part für mich übernommen hat. So ein Glücksfall. Und dann übernimmt auch noch einer das Frühstück. Läuft bei Gloria. Guten Morgen. Keine Sorgen. Abgesehen von den bereits Bekannten, versteht sich. Ich habe am Anfang gesagt, ich will auf gar keinen Fall abbrechen. Aber mittlerweile, also je nachdem, werden wir alle scheiße gar nichts machen. Ich kann es verstehen, dass wir nichts abgebrochen haben. Jetzt. Ich auch. Ich kann es verstehen. Ich will niemals abbrechen. Aber mittlerweile könnte ich jederzeit abbrechen, weil mir das, also ich habe auch ganz klar gesagt, Nico und die Ehe mit Nico ist mir tausendmal wichtiger als alles andere. Also das letzte Lagerfeuer geht mir tatsächlich gar nicht aus dem Kopf. Ich habe die Bilder, die sind wie eingebrannt. Und ich ärgere mich auch sehr, dass Nico sich so derartig daneben benommen hat im Vergleich zu den anderen Jungs. Also das Ding ist, ich sage dir ehrlich, du solltest aber niemals abbrechen, nur damit der Nico keine Scheiße macht. Nee, nee, das nicht. Du sollst dich schon selbst peherschen können. Ich habe ja damals gesagt, dass ich ein sehr rachsüchtiger Mensch bin. Und Nico hat schon so ein paar Rache-Gedanken bei mir geweckt. Also ich will ein Boot haben. Ich will uns vergebene Mädels. Vier heiße ich Single Boys. Und dann will ich, dass wir ins Wasser hüpfen. Die Jungs dann ihre Hose ausziehen. Vielleicht mache ich einmal Titten. Weiß ich noch nicht, überlege ich mir. Und dann geht ihr wieder ins Boot rein, aber mit einem nackten S. Und wenn wir das machen, nehme ich nur Jungs mit, die mir versprechen, dass sie blank ziehen. Das ist eine Ansage. Ganz klare Ansage. Na, ist die Stimmung aufgeheißt und ihr habt noch nicht genug? Hier geht es zur ganzen Folge. Hier geht es zu weiteren Videos. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.